Wie geht es John Mayer, 40? Notobber John Mayer, wegen Blinddarm im Krankenhaus Wie geht es John Mayer, 40? Erst kürzlich hatte der Sänger einen gesundheitlichen Meilenstein gefeiert. Im Oktober gab der Loweonte Weekend-Interpret bekannt, er habe ein Jahr ohne einen Tropfen Alkohol gelebt. Nun die schlimmen Neves, wurde wegen einer Notob am Blinddarm in ein Krankenhaus eingeliefert. Eigentlich schien es dem Musiker gut zu gehen. Schließlich befindet er sich gerade auf Tour mit seiner Band Deat & Company. Auf dem Instagram Akku und der Rock-Gruppe wurde sein Krankenhausaufenthalt jetzt bekannt gegeben, heute früh, Dienstag den 5. Dezember, wurde wegen einer Notob am Blinddarm in ein Krankenhaus gebracht. Dies habe zur Folge, dass das heutige Konzert in New Orleans ausfällt. Ein Ersatzermin werde so schnell wie möglich bekannt gegeben. Weitere Informationen zu Zustand wurden bisher nicht veröffentlicht. Ob Cathy Paris, 33, Ex wohl die gesamte restliche Tour absagen wird? Bei Justin Bibers, 23, Tourabsager im Sommer dieses Jahres zeigte sich der 40-Jährige verständnisvoll und lobte sogar, dass der Biebs sich schonen wolle. Glaubt ihr, auch Jun wird sich erst mal eine Auszeit gönnen?